Sie bitte, Sir. Tut mir leid, aber... Es ist echt gefährlich, an der Zapfsäule zu rauchen. Die ganze Tankstelle könnte in die Luft fliegen. Hey. Diane hat weder die Klo sauber gemacht, noch die Regale aufgefüllt. Ist schon gut, ich mach das. Ich stecke etwas in Schwierigkeiten und ich weiß, dafür könnt ihr nichts. Aber dennoch benötige ich eure Mithilfe. Sobald die Sache über die Bühne ist, habt ihr eine echt geile Geschichte zu erzählen. Du willst uns ausrauben, das geht hier ab, oder? Wir haben keinen Schlüssel für den Safe. Ich hol's. Wie viel brauchst du denn? Alles. Okay. Erinnere mich mit, ich will mit dir mitkommen. Ja, du bist bloß eine kleine Bitch mit einer Knarre, die zwei Mädchen bedroht. Nimm dein Geld und verschwinde endlich hier. Wie eine kleine Bitch. Du Scheiß! Und der Mann war verdächtig, weil... Er war einfach verdächtig. Melinda, schließ die Tür! Das können Sie mir echt glauben. Und wie sah er aus? Melinda! Ich hab gesagt, warte auf dem scheiß Klo! Okay, was willst du den Bullen erzählen, wenn sie hier sind? Weiß ich noch nicht. Ich hab nicht gedacht, dass Schiele erschossen wird. Das hab ich nicht gewollt. Wenn ich dem das Geld nicht gebe, werden die, ich zitiere, mich an ein Motorrad ketten und mich so lange die Straße runterschleifen, und bis von mir nur noch das Gerippe übrig ist. Tja, ne krasse erste Nacht. Sie hat mir mein Gesicht verbrückt und... Nein, nein, nein. Ja, keine Link. Oh oh! Oh oh! Vielen Dank.